Jay Huntington der dritte ist tot gestorben eines natürlichen todes in dem wir ihn haben verhungern lassen er wird uns er wird uns nicht fehlen wir haben sein geld so Zeit für den nächsten das nächste Opfer das ist meine Putzkraft weg schrecklich wenn ich so an Mädel komm in den Gedenken an den der verhungert ist frühstücken wir erst mal kommst du herein perfekt mit niemanden Wie, wir kennen uns nicht gut genug, ich hab sie schon ausgeräumt. Ah, es war weiter. So, so geht die Tower aber wenigstens noch mal weg, aber wir schicken ihn erst mal wieder nach Hause. Natürlich hab ich mir Zeit genommen, die Ehrensache. Ich muss, ich muss jemanden wütend machen, ich muss mal wieder... Oh, die sind rausgezogen. Scheiße. Wie mach ich mir ihn jetzt klar? Den nächsten davon? Mitbewohner. Ja. Freude ich mich bei seinen alten Freunden aus. Was kommt in die Hölle? Was? Ah, guck mal da ist jemand. Das ist eine Spinnerin. Sehr schön. Das wuchst du ist doch ganz gut. Schläge üben. Das ist keine Ahnung. Ja doch mal rennen. Hallo. Das ist kaputt. Ja, viel habt ihr hier nicht mehr. Busche im Klo oder sowas kann ich ja eh nicht mitnehmen. Oh, hier. Aber wenigstens etwas. Was möchte ich denn machen? Blues hören? Andere uns dann wütend machen? Ja, perfekt. Du hast doch sicher Geld. Ja, verdammtes Essen. Ja, verdammtes Essen. Okay. Was? Sticker? Oh, schnell duschen. Okay, und ab nach Hause. Tschüssi! Danke für die zwei Sachen. Hat den Kins Erbe? So. Ein selbstsicheres Gemälde malen. Die Dinger könnte ich mir dann eigentlich hinhängen, um immer selbstsicher zu werden. Also um das so zu pushen. Wenn ich haben wollen würde. Ich aber nicht wollen möchte. Da müssen alle auch aktivieren. Aber wir verkaufen. Wir verkaufen die ganzen Sachen. Wir wollen nämlich... Irgendwann so gut werden. Das war... Unsere Simstagram Bilder. Also unsere Fotos malen können. Hm. Arbeite ich heute? Nein. Drei Tage frei. Okay. Zeit für einen neuen Virus. Das Ding gestern ist sogar hier die Leistung runtergegangen. Das ist nicht cool. Das müssen wir wieder hinbekommen. Das kriegen wir aber auch wieder hin. Wir können ja gleich mal versuchen. Das Landgrad gibt's nicht mehr. Programmieren. Hacken. Arbeitsleistung. Mal gucken was funktioniert. Erstmal fast 700 Dollar durch den Virus. Tschüss. Ob wir wieder Sachen verklauen können. Bleib verkaufen. Ja. Gewöhnliches Tuning-Teil. Alle. Immer noch traurig. Mädel. Das geliebten Sim übertreibt mal nicht. Wir haben ihn einmal gebumst. Schade, dass das nicht funktioniert. Essen wir nochmal. Wäre diese Zeit, wo man nichts gescheites essen kann. Drei Uhr morgens verstehe ich gar nicht. So, dann müsste doch bald der Debuff von Traurigkeit weg sein. Warte. Warte. Nie machen. Das ist immer falsch. So. Deutliche Post wurde zugestellt. Wie viel? Boah. Machen wir. Easy. Hallo. Du sollst. Hallo. Du sollst. Hä? Dann, 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 dann so. Dann gibt's halt keinen Crepes-Salat. Dann gibt's... Weg damit. Äh. Dann gibt's schöne Chili. Chili. So. Chili ballert die Trauer nämlich raus. Echt traurig bin es ja auch mal Chili. Was willst du denn hier mit Geoffrey kämpfen? Aber Geoffrey wohnt hier gar nicht mehr. Das ist problematisch. Reisen wir doch mal ein bisschen. Reisen wir doch mal. Ja, wohin reisen wir denn? Ja, wohin reisen wir doch mal die anderen Sachen hinein. Gucken. Bubble Grusel. Nakayama. Matsumoto. Spencer Kim Lewis. Braun. Der sieht aus, als hätte er Geld. hin. Das ist... Yeah. Was für ein Nobelpuff. Hallo. Oh oh. Ich muss doch mal ein bisschen um. Bluffy. Ich bin Bluffy aber nicht schlagen. Das ist doch ein Hörner. Hörner. Ach, das ist ein... ähm... Promi. B-Promi. B-Promi. Oh, ich muss mal ihm geknuddelt werden. Umarmung verweigert, traurig bloß eins. Beste wot. Ich besuch die. Aber ich wollte mich hier freundlich vorstellen. Hübscher Laden. Richtig edel. Hier werde ich mich wohlfühlen. Hier ist einiges zum mitnehmen. So, wie lange habe ich den Clown-Buff noch? 6 Stunden. Können wir uns irgendwie beliebt machen bei irgendjemandem? Glaube nicht. Das Ding wird uns gehören. Was? Dann. Die Grußes laufen uns nicht weg. Die können wir noch easy ausräumen über die Zeit. Das wird super. Oh, da wird auch viel tolle Deko drin sein für uns. Ich richte mich an ihnen komplett neu ein. Ich kann die kurz weggestillen. Was ist das? Was ist das? Schöpische Interaktion ausführen? Was ist das? Das war's für heute. Ja! Ja, das funktioniert sicherlich, oder? Ja, das funktioniert sicherlich, oder? Das ist noch zwei Stunden, okay. Ja, das funktioniert sicherlich. Mega Star! So, Stunde circa. Wenn wir schon mal hier hingehen. Suchen wir uns schon mal eins aus. Das gefällt mir. Okay. Okay. Ja, sehr schön. Und warte, ich habe... Das ist perfekt. Ja, ich habe jetzt eigentlich den Stehlenbuff. Zwei Stunden nur? Das wird doch voll easy. Wie kann ich die Wand stehlen? Äh... Erstmal ein bisschen Shisha. Ja. Ja. Gar nicht der Fall. Schlecht geblubbert. So, der Prügelbuff ist jetzt weg und der Diebstahlbuff ist auch weg. Was hast du da vor? Nein! Okay. Ich muss auch langsam wieder nach Hause. Ach, ich will nicht mit dir plaudern. Ich bin nach Hause. Ich habe gerade irgendwas geklaut und ich will wissen, was das ist. Ha, 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 ha. Also wir müssen diese Fenster umändern. Das kommt weg, das kommt weg. Oh, das ist cool. Das gefällt mir. Das ist wie nach Anlagen geklaut. Mach doch gleich was her am Haus, glaube ich. Wie sieht das aus, wenn ich die... Oh, geht doch. Kann man akzeptieren. Schnell aufs Klo. Schade, ich kann keine Klos klauen. Sonst könnte ich das jetzt auswechseln. Ja, ist ja unwohl. Das tut mir leid. 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 Okay ich leid. Und natürlich ist das. Oh, bitte lass es funktionieren. Nein, ich will, ich will, ich will. Oh! 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 Das ist jetzt ein Foto von der Leiche, ich weiß es nicht, wir versuchen jetzt mal, schade. Ne, mein großartiger Plan hat nicht funktioniert. Verkaufen wir die jetzt. Schade, was ist das? Alter, scheiß. Machen wir das Street-Art mal weiter. Was ist denn jetzt noch traurig gewesen? Na egal. Ah, ein Job muss besser werden, ein Job muss definitiv besser werden. Ja, das Bild könnte cool werden, wenn es fertig ist. So, wir schauen mal. Ich mache jetzt erstmal Schluss und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Reingerockst! Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.